Servus ihr Leute! Da bin ich mit Terraria! Und mit von der Partie ist... EMG! LodeGraf! Und der Rusty von der ReallifeTV! Servus ihr Leute! Aua! Machen sie mal kaputt! Ich muss noch kurz mal Zettel draufhängen, was ich aufnimm. Sonst kommen sie wieder alle hingestimmt in mein Zimmer. Oh, es wird schon wieder dunkel. Geht's im dunkel eigentlich ab hier? Wird's da irgendwie kriminell oder ähnliches? Ja, hier kommen ganz schön viele Zombies. Also die sollten uns ganz schnell verziehen. Oh ja, definitiv. Irgendwo bauen wir uns rein, okay? Ja, wir akutieren uns erstmal bitte, oder? Äh, ja klar. Ihr kennt euch besser aus wie ich. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich bin gar nicht genau so wenig. Apropos! Apropos? Was für ein Schwert hab ich eigentlich? Oh, eifrig! Plus fünf prozentige... Plus fünf prozentige Crittershance. Booppa! Ich hab ein Kupferschwert mit minus 20 Schade und minus 15 Tempo. Hm, genau das selber hab ich ja auch. Alter, dann bau da später noch so Holzschwert, weil Holzschwert ist eh besser als Kupferschwert. Brauch ich nur Holz dafür? Wat? Ja. Brauch ich für's Holzschwert nur Holz oder noch was anderes? Äh, ne, du musst ja erst die Crafting Bench machen. Achso, okay. Ja, ja. Warte mal die... Ja, ja. So. So. Wirst du echt mal in den Untergrund gehen, Leute? Ja, auf! Da hinten entlang, los! Also ich hab uns schon... Ich hab uns schon ne Werkbank gemacht, sobald man ein Lager findet, so kann man gleich was umstellen. So. Ja, wir können uns eigentlich hier niederlassen. Äh... Ist das schon ge... Ja, die ist geblendert. Ja, komm jetzt los, wir tun uns da niederlosse. Ja, wir bauen immer mit Dreck die... Äh... Die Löcher zu. Ich hab kein Dreck. Ich hab nur Holz. Ja... Dann nehm ich halt Holz. Ich nehm grad Holz, ja. Gumm... 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 Ja... Und ich will das Kupfer, ich will das Kupfer... Ich will das Kupfer, Du. Gumm... Hab ich schon gesagt, dass ich deine Hintergrunde irgendwie schickig finde? Ja, dann kann man eigentlich lassen, oder? Wie macht man denn eigentlich? Werf noch jetzt ein Clip rein? Ähm, ich. Sag mal mal... Oh, okay danke. Wie viele Minuten mach ich eigentlich? So 20 Minuten immer. Je nachdem, weil bei Terraria... Das hat man ja viel zu tun, da kann man ja auch ein bisschen länger machen Ja gut, das stimmt Und ist das doch schon unser Anfangskischt? Hey, wir haben alle zwei, auf der anderen Seite steht ja auch eine Na komm, du und der Botto schon ein bisschen ebner Ja genau und dann mit Holz erstmal verkleiden für den Anfang Genau Ich kümmere mich mehr so um Erz Ich such es zumindest Hat jemand schon Fackeln von euch? Nein Ja ich hab ich hab ich hab ich hab ich hab Der Zombie will schon reinkommen in den Drecksack Ja Dann kann man denn bitte Holz mit Spitzhacke abbauen Schon seit ein letzter Update glaub ich war das Jetzt bin schon weg Da hin Aber warte ich würde hier sorry wenn ich das Holz wieder weg mach Das kann man hier die Steine Genau die Steine Ja und dann kann man hier eigentlich noch ohne Für die Mine oder sowas Ja genau ne Mine schon mal anfangen oder sowas Ja da jetzt eh nacht ist können wir eigentlich nach unten gehen Achtung gehts da runter? Ah ne sorry hab ich falsch gesagt Ne gehts nicht Damit haben wir schon schlechte Erfahrungen Wir sind jetzt alle Hochteidschritte Jeder redet Hochteidschritte Nö ich nicht Ich kann auch gerne noch Felsichritte wenn dir das nicht passt Ja das ist viel natürlicher Meiner Meinung nur Na dann ok Felsich Ja natürlich Ja tut mir leid Natürlicher ist auf jeden Fall Aber du musst auch damit rechnen dass es genug Zuschauern gibt die das nicht verstehen Genau Mir doch egal Na schaff Dass das dem Markus egal ist Danke jetzt wissen sie alle wie ich heiß Egal Ich hab doch gesagt wir haben mich ja Wir haben doch jetzt schon als Titelbild unser Norm Also von daher Gell Dominik So siehts aus Markus Oh Oh So ein Zwischenräumchen Hey da liegt ein Stern Da oben liegt ein Stern Ja ja ich weiß Jetzt komm ich nicht nach oben Bringt das was? Ja wenn du 10 Stück Ja wenn du 10 Stück von dein Arsch kannst du einen Mana Stern machen Und damit kannst du dann halt später noch Mage spielen Wenn du Mana Gegenstände findest Ach cool Natürlich gibts dann eine Mana Ähm Ja wie sagt man dazu dazu Ähm Ja Mana Rüstung Damit kannst du dann einfach deine Mana aufstocken Äh Oder halt wenn ich eine Mana verbrauche Je nachdem wie es Genehm ist Ne Ja toll jetzt hauen sie alle ab Blablablablablablabla Komm her komm her Das ist kaputt LOL Dann brauch ich den unteren Block auch noch mal Ich guck jetzt gehts Ähm Kann mir mal jemand eine Workbench runter schmeißen? Äh die ist over Komm hoch Oh Gott Ja aber ich hab noch eine bei Also ich kann dir auch eine runter werfen Ja schmeiß mir mal bitte eine runter Wart mal Na ja schnell ausgewählt Wie werfen wir noch mal? Ich schluck grad die Zunge sind zu tot Ähm Scheiße wer ist das kaputt an? Sie kommt sie kommt Ist sie da? Aua Ey die ist mir genau aufm Kopf gefallen Achso kurz äh Eine Einleitung Und zwar In dem Let's Play Wenn wir uns jetzt mal vorstellen Alle würd ich Amo sagen ne? Also Herr Lemke Hemke Stellen sie sich mal vor Warte mit meinen Nachnamen Die werden mich stalken Aaaaaaah Leider Also ähm Was soll ich sagen? Ja ich bin der Hemke Und das war's Nein Ah Doppelig Mößen ja reiten so ne? Äh Was zock ich So Games wie Amo 3 Eine Militärsimulation Amo 2 Der kleine Bruder davon Ähm Andere Simulationen Wie Rennspiele Lkw-Spiele So eine ganze Krempe Aua schlange Indie Games wie Cloni hat die Klappe Indie Games wie Terraria Dann Minecraft Ähm Andere Shooter wie Battlefield 3 Battlefield 2 Battlefield Bad Company Dann alles was neu auf dem Markt ist Und ähm Naja Alles was die anderen so spielen So together Und alleine Und ja Ich hab mir jetzt mal überlegt Dass ich mit CloniCraft Aka Patrick Anfange Amo 3 Du let's play Beziehungsweise Mitschnitte zu machen Wo wir Taktik Missionen machen Also Koop Missionen Taktikverfahren Und so gekrempel Und dann vielleicht mal Battlefield 4 Anfangen zu zocken Sofern mal ja Neue Grafikkarte drin ist Hust Hust Und ähm Ja Mehr hab ich eigentlich auch gar nicht zu sagen Und dann würde ich mal sagen Es ist CloniCraft's turn Ja wie schon gesagt Mein Name ist der Patrick Ich bin 18 Jahre alt Und ich zocke eigentlich Nur mit den Idioten hier Also Von mir werden die eigentlich selten Singleplayer Let's Play sehen Und das war's auch schon Und warum Stell dir ein Spur? Ja weil Na jetzt Mitglied von der Gamerbude Neu in der Gamerbude sind Yeah In der Gamerbude Yeah Wie macht man denn Der fucking Hintergrund Der ist geil Da kennen wir unser Haus Oder mit Schmücker Was hast du denn jetzt ge- Mach Idiot Das war der Das war der Meinst du den grünen Meinst du den grünen? Äh Ja der grüne Hintergrund Und ja Ich hab auch nicht mehr Ich schlaf ähm Ne keine Ahnung Blaha Loos Das sieht so aus wie so Summen Massenschlachten alter Was treibt denn ihr da unten? Ei Wir schlauen sie mit dem Spitzack zu töten Und jetzt hab ich aus was ihr ins Headset geschlau Ich hoff das äh Ist nicht irgendwie Dump Hat sich nur gehört Hat nur? Ne Gott sei dank Ich hab schon Was machst du da? Wie kann man ähm Den Hintergrund Bebauen Ähm Damit muss Also du musst erstmal den Hintergrund abbauen Ja ich weil hier ist ein Loch Das wollte ich gern zumachen Ähm Warte 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 einfach kurz Warte einfach kurz Ich geb dir jetzt was Warte Warte Ich geb dir jetzt was Komm ich hier nicht hoch Was ist denn das überhaupt vergebildet? Warte 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 Jetzt geb ich dir was Hier So Damit brauchst du jetzt mit Rechtsklick Ah ok Auf das Loch Ähm Die bei mir wieder mal nicht funktioniere Linksknick Ah ok Oh sorry Ich wollte Knick in der Augenblick Umblick einen Stern Ich will einen Stern haben Warte 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 Wer hat die Dinge Alter Wer hat die Dinge Also ich hab's nicht mit mir gerade Ich hab's nicht mit mir gerade Ich hab's nicht mit mir gerade Oh ich hab's nicht Ich hab's nicht mit Oh Herr Herr im Himmel Arschloch Oh Ups ich hab die Dier jetzt abgebaut Warum baust du die Dier jetzt immer ab? Eier mir schlagen mit der Dings drauf Mit der ähm Wie heißt's dann? Ja mit der Pickaxe Ja mit der Pickaxe Du baut das automatisch ab Ja Also ich geh jetzt so weg Ich bootle jetzt hier mit rum Durch diese Stern Den hol ich mal Kann man hier eigentlich auch Felder anlegen Für Lebensmittel ist das auch Wie bei Starbound oder ähnlichem? Ähm Weil ich jetzt glaub ich weiß Nö Oder? Ähm Leute Ja Guckt mal Was denn? Was ich gefunden hab Hm? Was aber stand Was? Nö Wordbanner Also Vogelbanner Oder sowas Soll Und Ein Sterni Ich brauch mal hier nix zu essen Was? Was? Nee du brauch mal gar nix zu essen Nee Okay Ja ne weil bei Starbound ist so Du brauchst Schissen Alles auch Ja aber das ist ja kein Starbound Ich frag nur was passiert ja aber auf Terraria Wir müssen mal hingehen Müssen noch so kleine Minihäuser bauen Für diese Bewohner Weil da kommt hier der Tanna zum Beispiel Das hier einzieht Ja Dann rennt man bei uns durch die Bude durch Nö Brauchen wir auch Ja die brauchen wir wirklich Wenn der ein Haus hat dann kommt Dann kann das passieren dass der nächste kommt Dann gibt's so was wie ein Waffenhändler Ja ich weiß Das kenn ich ja alles Ich kenn das Spiel ja äh Oder wir bauen hier einfach ne WG Ja wollte ich grad sagen Wieso Enselnheiser wenn man WG bauen Immer weiter nach oben Immer weiter nach oben Das stimmt ja Das stimmt auch das wär auch ne Idee ja Ja Ich geh jetzt raus Dann kann man da quasi deine eigene Stadt Quasi hochzüchten Ja Das ist schon mal geil Das ist schon mal geil Das ist ein Problem Hä? Was hat mich jetzt immer nachher Jetzt kommt man nämlich hoch Wir hatten schon wieder meine Treppe abgebaut Ich war das nicht Ich baue hier jedes mal Treppen hin und jeder baut sie wieder ab Ja warte ich baue hier ne Treppe so Wissen er was? Ja? Eise 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 Ja ich und Wasti wir gehen jetzt in die Mine Ich hab ja unten auch Eisen gefunden Ja ich hab jetzt erstmal Holz hier Kommst mit? Ja ich versuch's ohne zu sterben Ja wir sterben hier schon nicht BAM! Tot mich So ab hier hab ich angefangen mit Holz So Wut Genau jetzt geht's Licht aus oder wie? Hahahaha Donut los Misch Jetzt hab ich noch zwei Fackeln gehabt Warum hab ich eigentlich neue Dingens geöffnet? Oh was ist denn das da links ohne? Patrick Alter schieb ihn dann nicht immer zu mir Ähm Die Rodenkorrekorrapschen-Gnatter Der Stalkind Du darfst mich mit dem Hammer anhauen Ja Oh ok Nein Jetzt ist das weg Und jetzt haben wir hier zwei Aufnahmen zum Beispiel Ich bin bei Wasti und äh Henke Ja gut da kennen wir vielleicht Bei meinem lieben Game Freak Ja ja stimmt Dann machen wir so Spezialaufnahmen Dann gucken wir uns die äh Oh du hast Isaac gefunden da unten Ja Dann machen wir einfach so äh Im äh Rustysoi Ähm Ja Respektive oberrechtsseck Ja Wenn man das hier kriegt Ich weiß ja nicht Ja das geht alles Ey hier ist ja noch Eisen Du kennst mich doch Technik nur Was willst du machen? Ah ja pass auf Und zwar das hab ich äh mit Patrick auch schon vorgehabt Bei unserem alten Channel ähm Und zwar Auf zwei Perspektiven Guck mal du hast ja vielleicht euren Channel auch Also vielleicht so für deinen sag ich mal Nein Klapp für deinen auf Und wir für unseren ne Also vielleicht so fair Mag muss sein Ich wünsche dir gerne mal Bruder halt So und da kann man ja eigentlich hingehen Ist ein bisschen umständlich jetzt aber ähm Man könnte hingehen Zum Beispiel jetzt bei uns Auf unserem Kanal ist unser ganz groß auf dem Bild Und euer Also wie gesagt euer sag ich dein Video Um rechts äh ganz klein weißt du Also mini halt Ja ja klar Eingeblendet und dann umgekehrt Bei dir ist groß und bei uns ist klein halt Das war zwei Perspektiven dann Ja aber dann hast du erstens wieder das Problem Erstens muss ich jedes mal die Datei herumschieben Ja das ist das Ja das ist das Und das ist das Und zu uns ist ja eigentlich äh äh totaler Quatsch Das habe ich so auch noch nirgends gesehen Dann solle sich die Die Leute entweder beide angucken Oder das kann ich hier ja auch gleich wieder erwähnen Es gibt eine Seite die nennt sich youtube-multiplier.de oder .com Ja Ähm da kannst du einfach beide Links für den Videos einfügen Und dann wird automatisch beide Videos gleichzeitig wiedergegeben Mit nur einer äh Audiospur So hat man nicht das Problem dass man selber irgendwie versucht Äh äh das Synchron hinzubekommen Das kann ich ja unten im Video verlinken Das ist ja gar kein Problem Stimmt das ist eine gute Idee Davon habe ich noch nie gehört Das habe ich auch schon gehört Ja Es stimmt Jetzt haben wir ja pflanzen mal wieder ein paar Bäume oder Lass ihn bei uns vorm Haus machen Na einfach so ein bisschen verdellt Wo bauen wir eigentlich hin ohne Fackel Ja wir sollen eigentlich mal ein paar Fackeln machen Äh wenn nicht gehen wir nochmal kurz hoch Hast du ein bisschen Holz dabei Ja drei Fackeln habe ich machen können Ja Holz habe ich Noch 10 Stück also nicht mehr viel Äh ich glaube die reichen bis nach oben Verbaue die mal Äh Verarbeite die mal in diese Holzplatten hier Wie so aussehen Jupp Wenn ich versuche gerade hoch zu kommen Ich muss mich auf das Und das Hochdeutsche von euch muss ich mich erst mal dran gewähnen Ach so Hochdeutsch Weißt du wie lange ich dafür trainiert habe nicht ganz so derbe Dialekt zu schwätzen Ja das ist schon krass Äh ich schritt eigentlich so wie ich mir denke ne Also so wie ich immer wabbel Ja klar natürlich es hat ja auch schon zwei gewisse Vorteile Du zeigst natürlich damit wo du herkommst und so weiter Ja Ja weil Aber ich muss halt auf die Zuschauer ein bisschen eingehen Weil es viele gibt die das da nicht gucken weil sie es nicht verstehen Okay Achtung Schleimangriff Ähm wie kann ich denn die Wie heißen denn die Holzdinger Ähm Warte Warte Leit immer zu mir da unten hin Ich kann Holzklappe ja Ah ok gut Oh alter Wir sind bald tot ne Ne Ja Zehn Stück hab ich jetzt Noch Ich hab nur noch Ja dann gib mir die mal kurz bitte Jupp Juppa So Oh ich glaub ich So jetzt komm mal mit Brauchst du einen Pilz? Ne aber ich Ja ob du einen in der Branche hab ich mir gefreut Ne Es wird reichen So Ja Da Fress mal einer Gäb mal einer Genau 10 haben gereicht Hallo Oleg So ich geh mal erstmal ein bisschen Holz sammeln hier Oh ja wir haben hier am Tag Hat jemand noch Holz für ne Tür? Ich würd mal sagen ne oder? Ja Ja vom Haufen als musst du zurückkommen ohne dass ich Verrecke Ich geh erstmal mit dir Nein Dann bleib doch weg Junge Wow Pfeift da ein Pilz drin Warum hauen wir eigentlich auf einen Baum? Rechtsklick Macht nur 15 aber das ist Boah ist sehr groß ey Wolfwasserwähle ist jetzt irgendwas Gebt mir mal die Setzlinge Also Eichel Der ist richtig groß Warte Danke Okay Oh 19 Stück schon Wow Ich hab 38 Eisenerze Gehts wieder in ne Höhle Uh Ich hab 188 Holz schon Weder Ich glaub die wird besser sein als unsere Ja das kann gut sein ja Unsere ist ja nur so rein provisor Ich sag ja nur unser Pornokeller Harry Potter hat ne geheime Pornokeller Harry Potter hat ne geheime Pornokeller Aua Ja da gibt's doch die Das ist doch die Verarsche ja 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 die ist so gut Ja die ist genial Ja die ist genial Genital Ja die ist genital Ja die ist genital Damit hab ich gelogen ja Alter was ist denn das für ein riesen Ding Achtung da kommt ein grüner Aua Ein grüner Stiger Achtung da kommt ein grüner Achtung da kommt ein grüner Wer hat denn vielleicht eigentlich die Kisten einstecken Alter guck dir mal das Ding an Ich hab auch eine Einstecke glaub ich Wo ist Tigos Wo ist Tigos komm mal her Ja ich bin schon der Weg Guck dir mal das Ding an Ich bin nicht so schnell Was für welch Typ ist das eigentlich Also wie groß Guck dir den Baum an Ich glaub groß Also wirklich groß Da kann ich die Kisten zugreifen Der geht sogar runter Ja Ey Jungs wenn ihr das sehen würdet Aber ich kann den gar nicht abbauen mit der Acht Hast du Städte bei Äh Steinhapisch Ja Dann gehts Das ist auch Holz Ah gut Weil Aua Piss dich du Drecksviech ehrlich Ey da raus könnten wir ein geilen Baumhaus bauen Schützmisch A la Terraria Logo Komm wir geh mal hier runter So ähm Und Ofer ist gut fürs Erz zu brennen ne Ja das will Alle Pass mal lieber auf hier Ich komm schon wieder Geht da nicht rein Warte 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 Wir müssen hier aufweißen Hier können Fallen sein Welcher bei mir ist bestimmt voll die langweilige Aufnahmen Ja aber trotzdem Ich hab Stühle und Tisch Hehehehe Ehh Danke AAAAAH Danke 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 Abgeworfen Kurze Erklärung Hier ist so ein richtig geiler Riesenbaum Ehh Ja Was Von unserem Haus aus rechts Warte mal bleiben wir dort ich will jetzt kommen Ja ich komm eh gerade nicht raus ich steck irgendwie fest Ich seh nämlich auch nix Hehehehe Leute Ich hab dich alleine gelassen Da bin ich Leute wissen noch was Da bin ich nicht zurück Wir haben schon 20 Minuten Ja Nur meiner Uhr Ja Damit könnt ihr ja die erste Aufnahmepause hier setzen Ok also Ich sag dann mal Ähh Falls euch das Video gefallen hat Lose Däumsche da Lose konstruktive Kritik da Was euch gefallen hat und was nicht Teilt das Video auf Facebook oder zeigt es eure Freunde Und in dem Sinne Bleibt freakish und Servus Hallo Ciao Ciao Ciao